Hallo, mein Name ist Markus Langemann, ich bin Publizist heute in Berlin. Wir haben heute den 1. Oktober und ich möchte Sie in diesem Video nur ganz kurz auf eine Hausmitteilung des Bundestags aufmerksam machen. Ich denke, dass diese Hausmitteilung des Deutschen Bundestages in der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Sie können diese Hausmitteilung auch unter dem Video hier downloaden. Sie können es auch downloaden auf der Seite www.clubderklarenworte.de. In dieser Hausmitteilung geht es um das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in allen Liegenschaften des Deutschen Bundestages. Diese Hausmitteilung ist gültig seit dem 1. September 2020 und ich möchte Sie insbesondere auf einen Absatz aufmerksam machen, der ganz zum Schluss zu finden ist. Hier gelb markiert und in diesem Absatz heißt es, ich zitiere, ein ständiges Aus- und Wiederanziehen der Mund-Nase-Bedeckung ist aber auch nicht sinnvoll, da so das Risiko einer Kontamination erhöht wird. Zwischendurch sollte man können Sie also zum Durchatmen eher unter das Kinn schieben, aber weitertragen. Hashtag denke selbst. Vielen Dank, ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Video teilen in Ihrem Kreis und bei der Gelegenheit vielleicht auch ein Abonnement darlassen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Schönen Tag! Ich wünsche mir CDU und ich wünsche旦! Vielen Dank.